Ja Leute was geht ab? Ich komme zu meinem dritten Video Tut mir leid dass ich mich nicht zuerst halt vorgestellt habe Also ich bin Mustafa bin 13 Jahre alt Will gerne YouTuber werden Und ja Ich hoffe Meine Videos gefallen euch Und ja Leute Ich würde mich echt freuen Wenn ihr mich supportet Ein Abo da lässt Ein Like Die Glocke zu aktivieren Würde mich echt freuen Und tschüss Leute